Sie sind hier, 10. Januar 2019, 20.45 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Christian Prokop sorgte mit der Nicht-Berücksichtigung von Tobias Reichmann für eine Überraschung bei der Kader-Nominierung Urheberrecht. Die Images nach seiner Nicht-Nominierung sorgt Tobias Reichmann mit Instagram-Fotos für Aufsehen. Bundestrainer Christian Prokop zeigt für die Urlaubspläne wenig Verständnis. Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat sich über den Urlaubstrip des für die Heim-WM zunächst aussortierten Tobias Reichmann verwundert gezeigt. Sicher steckt da auch ein bisschen Frust drin. Jeder muss selber sehen, was er für ein Zeichen setzt und wie er die Mannschaft unterstützt, sagte Prokop nach dem 30 zu 19, 17.10 Uhr zum WM-Auftakt gegen das vereinte Team Korea im ZDF. Handball-WM, alle Spiele und Ergebnisse, Rechtsaußen Reichmann hatte wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel mit bissigen Kommentaren für Wirbel gesorgt. Der Europameister von 2016 schrieb auf dem Weg zu seinem spontanen Kurzurlaub nach Orlando auf Instagram, ich bin dann mal weg. Wieso, weiß ich gar nicht genau, ahahaha, doch, spontan Urlaub. Dazu postete der Rechtsaußen des Bundesligisten MT Melsungen ein Bild von sich, versehen mit dem Hashtag SorryNoSorry. Ein weiteres Selfie vor seinem Abflug kommentierte Reichmann mit der Botschaft Schausen, ihr Banausen, Anzeige, jetzt aktuelle Handball-Trikots kaufen, hier geht es zum Shop Prokop kann im Turnierverlauf drei Spieler nach nominieren. In seinem 16er Kader steht in Patrick Grötzki nur ein Rechtsaußen- von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017